Ich möchte euch Magnus Carlsen besten Zug vorstellen, den er je in seiner Karriere wahrscheinlich gespielt hat und das zu einem ganz besonderen Zeitpunkt. Wir befinden uns hier im WM-Finale 2016 gegen Sergej Kajakin, zwölf Partien, alle Remis ausgegangen, Tiebreak, er hat die dritte Partie gewonnen, jetzt die alles entscheidende vierte, ihm reicht ein Remis, Magnus Carlsen hier mit weiß am Zug und findet jetzt den erstaunlichen und ganz tollen Zug, Dame H6 und gewinnt die Weltmeisterschaft mit einem Damenopfer, mit Stil, mit einem tollen Matt. Das ist der beste Zug von Magnus Carlsen, ich hoffe euch hat es gefallen.